Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video schauen wir uns mal das Trikot der Uruguayischen Nationalmannschaft mal genauer an. Denn ist euch schon mal aufgefallen, dass über das Wappen der Uruguayischen Nationalmannschaft vier Weltmeistersterne zieren, obwohl Uruguay nur zweimal Weltmeister wurde? Warum Uruguay vier Sterne auf ihrem Trikot trägt und was die eigentlich bedeuten, erkläre ich euch im heutigen Video. Was bedeuten eigentlich die ganzen Sterne? Die Sterne oder auch Meistersterne genannt, sind meistens kleine goldene Sterne, die man bei einer gewissen Anzahl von Meisterschaften oder Pokalsiege erhält. Die Regelung, wann ein Team einen Stern überhaupt bekommt, ist zu Wettbewerb zu Wettbewerb unterschiedlich. In der Bundesliga bekommt man bei der dritten Meisterschaft einen Meisterstern. In Italien, Schweiz, Österreich oder Frankreich bekommt man erst nach zehn Meisterschaften einen Stern. In Polen bekommt man bei einer Meisterschaft einen silbernen Stern und bei der fünften Meisterschaft erst den goldenen. Und in England, Spanien, Tschechien und Kroatien gibt es die Vergabe von Meistersternen nicht. Dort kann sich jedes Team pro gewonnene Meisterschaft so viele Meistersterne draufklatschen, wie man gerade lustig ist. Viel strenger bei der Vergabe von Meistersternen ist die FIFA, wenn es um die Fußball-Weltmeisterschaft geht. Die offiziellen FIFA-Regeln sehen nämlich vor, dass sich jede Nation pro WM-Titel einen Stern auf das Trikot drucken darf. Rekordweltmeister Brasilien hat also fünf Sterne, Deutschland hat seit dem Gewinn der WM 2014, nun wie auch Italien, vier Sterne auf dem Trikot. Länder und Nationen, die noch nie Weltmeister wurden, dürfen Meistersterne haben, aber müssen die Meistersterne abnehmen, wenn sie sich für die WM qualifizieren und daran teilnehmen wollen. Außerhalb der WM dürfen Nationalmannschaften, die noch nie Weltmeister wurden, Meistersterne haben. Die ägyptische Nationalmannschaft beispielsweise wurde insgesamt siebenmal afrikanischer Meister und deswegen sind auch sieben schwarze Sterne über das Wappen der Ägypter. Allerdings, wenn sich Ägypten für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert, müssten die Sterne vom Trikot verschwinden. Dasselbe zählt auch für andere Nationalmannschaften, wie zum Beispiel die Elfenbeinküste, Algerien, Dänemark oder der Demokratischen Republik Kongo. Aber warum gibt es bei Uruguay eine Ausnahme? Neben den zwei gewonnenen Weltmeisterschaften 1930 und 1950 gewann Uruguays Fußballauswahl die Olympischen Spiele 1924 in Paris und 1928 in Amsterdam. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was haben eigentlich die beiden Olympiatitel mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun? Hä? Ja, hier kommen die offiziellen Olympia-Regularien ins Spiel. Vor der Olympiade 1924 durften damals keine Profifußballer am Turnier teilnehmen und erst nach den Olympischen Spielen 1928 wurde die Regel eingeführt, dass nur noch U23-Spieler bei Olympia spielberechtigt sind. Die Olympischen Spiele 1924 und 1928 stellen somit die einzige Ausnahme mit Profifußballern dar und werden von der FIFA deshalb als Weltturnier gewertet. Seit 2010 dürfen laut der FIFA jedoch nur noch offizielle Weltmeisterschaften als Stern auf den Trikot getragen werden. Doch auch hier bissen sich die Uruguayer an Chiellini, ich meine an den 4 Sternen fest und trickste die FIFA aus. Die 4 Sterne wurden offiziell in das Wappen des Verbandes Uruguay mit aufgenommen und eingebettet. Und somit stehen die 4 Sterne über das Emblem, fahr indirekt weiterhin zu den Titeln, sind aber nun als Teil des Verbandswappen fest integriert, so dass die uruguayische Nationalmannschaft rein theoretisch keine Meistersterne auf ihren Trikot tragen, sondern dass die Sterne halt mit dem Logo zusammenhängen. Uruguay ist aber nicht die einzige Mannschaft, die sich so Meistersterne erschlichen hat, sondern Länder wie die USA bei der WM 2014 oder Fußballvereine wie die Spielvereinigung für 2012-13 in der Bundesliga oder aktuell Viktoria Berlin in der 3. Liga haben sich schon mal Meistersterne erschlichen. Ja Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viele Meistersterne euer Lieblingsverein hat. Wenn euch allgemein Fußballthemen interessieren, könnt ihr gerne ein ablösesfreies Abo auf meinem Kanal da lassen. Wenn nicht, kommt zu Haares und beißt euch in den Rücken. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.